hallo leute ja wir sind hier unterwegs unser ziel war ja hier zum beispiel den rampen weg zu machen das machen wir hier mit gerade einmal da und einmal da und dann wollen wir hier 200 noch hin machen mit den seilen und das machen wir gleich nach dem logo auf dem großbildschirm so dann wollte ich noch die steuerung haben weil ich ein klein bisschen raus so passt schon mal das mal gerade laufen dann können die schon mal hier da das weg machen und dann müssen wir schauen und construction sind hier da und dann packen wir die mal dahin eins davon ach so ja ich hätte irgendwie da wieder was klicken müssen damit er das zweimal macht oder konnte man hier da kippo super das werde ich nie lernen wahrscheinlich und so das zweite seil auch dahin das erste ist schon fertig das heißt wir können einen unserer hunde da dran machen wo ist eine zweite hier gab es einen kampf sag jetzt nicht er ist gestorben das wäre jetzt richtig doof ne so war doch ist fighting der ist hier ganz am rand aber wo ist der hund da blinkt was aber dass der hund ist nicht da ich sehe jetzt auch gerade nicht ist der ertrunken ich sehe keinen hund warte mal hier gibt es noch listen ja und dann okay der ist schon angebunden einer aber der andere ist weg wir hatten zwei wir haben immer männchen und weibchen ja schade ne warte mal dann müssen wir den hier da dran machen es war jetzt noch ein junger hund aber naja dann ist das halt so ne ist jetzt ein bisschen schade okay der ist jetzt auch angebunden traurig aber ja wo ist er denn dann gelandet dass die frage irgendwo muss ja wo haben wir denn hier so ein doch irgendwo da war unser wagen ist der schon hier gelandet oder vertue ich mich das war 200 nein wir haben 200 definitiv nehme ich immer 200 mit da oben ist ein wildschwein das noch mal schnell gucken ach hier da da ja die aktion war hier aber ein leichnam sehe ich jetzt auch nicht hier ne den kadaver woanders gucken hat vielleicht auch die bestie oder was auch immer war mitgenommen hier wurde auch gekämpft wahrscheinlich hat man den dann gleich mitgenommen als beute ist das hier ja weiß ich nicht was das aber da sind wir jetzt noch nicht glaube ich in der lage zu dass wir dann bietgeber haben gut okay was müssen wir weitermachen wir haben jetzt den eingang geschützt mit den zwei hunden leider ist das hier noch ein junger hund aber da wird das auch schaffen denke ich mal weil die müssen ja nur aufpassen wenn da irgendwelche komplettes kommen ach hier unten hat man schon ausgehöhlt ich denke da machen wir noch ein bisschen weiter okay hier ist jetzt dingens stein jetzt würde ich sagen machen wir mal hier noch neun herunter und ach so schade 369 hoch so geht's ne jetzt hat's geklappt und dann machen wir da noch und von da bis da geht leider nur und von da bis da dann okay hier gibt es auf jeden fall schon mal wieder so braune erde ein bisschen was gibt es da hier gegenüber würde ich noch mal gucken hatte mal das mal gerade überlegen das ist der weg nachher und das ist es und das bedeutet von hier bis nach da und dann 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vielleicht ist hier auch noch die schwarze der schwarze sand hier ist leider nix 2 3 4 5 6 7 8 9 dann haben wir hier noch glück der hat zu tun fertig betten haben wir hier wird gearbeitet ich weiß zwar nicht was er macht aber wir können ja mal reingucken make bad also der macht dauerhaft betten wie viele betten haben wir denn dann schon ne das lassen wir jetzt sein ich glaube jetzt haben wir erst genug betten bestimmt oder wo kann ich das sehen add new task wooden barrel und macht die mal gerade dauerhaft gut ok und dann sind wir schon mal bei ah guck mal hier hinten macht das schon und da ist auch einiges an schwarzen schwarzer erde ok dann müssen wir hier überlegen dass wir hier vielleicht die hälfte machen als plump helmets und sowas ach so da hatte tante mir mir ja auch geschrieben da habe ich glaube das falsche gesucht ne dimpel cup war das richtig und nicht plump helmets oder aber ist nicht schlimm machen wir nochmal da drunter dann oder vielleicht hier besser weil da lohnt sich weil da ist richtig erde und da machen wir auch noch warte mal was man noch machen ist gerade hier diese reihe hoch damit ich das nicht irgendwie noch mal verpenne dass hier der weg dann zweispurig noch weiter geht ne dreispurig mal weiter geht ne der wird ja noch nicht gebaut aber die möglichkeit spätstand schon dass wir das sehen und hier ja ist es dann irgendwann auch so ne dass wir dann nach oben gehen vielleicht sollten wir mal hier nach erdreich gucken weil ja hier ist ja auch ein bisschen schwarze erde ne ok was wir noch machen müssen unbedingt ist hier create new squad ok das lassen wir mal weg tante mir mir hat ja gesagt das bringt es nicht leider amore machen war er ist der expeditions leader military commander ist er hier nicht expeditions leader das ist der 77 jährige in die 100 lacht keine ahnung und wir brauchen noch mehr leute und zwar achsdorf da nicht hier draufklicken so novice achsdorf er spreche gerade ab auch gut also neue saison fängt an oder so der fischer und der pickaxe man auch der auch noch wie bleiben wir denn da kann doch was bei ein axdorf haben wir noch 1 2 3 4 5 6 7 das passt erstmal assign position 8 also da sind noch welche die machen könnte möchte ich aber so das haben wir erledigt was ist das achso da kriegen wir die befehle dafür assign a kill order brauchen wir gerade nicht assign a station order ja das wäre verteidigung haben wir gerade auch nicht assign a training order wir haben keine baracken die müssen wir als erstes machen gut das heißt kann erstmal weg wir müssen jetzt eine baracke basteln und eine baracke wäre eigentlich sehr schön wenn die ziemlich nah hier am eingang ausgang ist ne sollten wir sie hier hin bauen ich denke wir bauen sie dahin das heißt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 machen wir 10 mal 10 weil hier haben wir sowieso schon etwas falsch gemacht ne oder ach ne da ist ein weg neben ok dann machen wir vielleicht doch mal 9 mal 9 und den weg machen wir mal doppelt später jetzt nicht ist das jetzt 9 ja und da so hier unten ist auch nicht schon fertig ja ne da ist er doch noch nicht fertig aber fast geht erstmal oder das sind schon fertige plots ne oder black und so ne steht nichts achso weg farm plot steht da so dimple cups warte mal was macht denn die distille add new tasks gar nichts brew drink from plant und das dauerhaft ist ziemlich wichtig dass wir das mal machen ne ist gar nicht angelegt oder was das bier ist schon mal da das lager ist dafür zu klein ne obwohl hier sind noch so ein paar sachen die noch raus können ja die steine sollten wir auch mal aufräumen ne vielleicht ist das hier dafür geeignet ne stockpile stockpile der ist schon mal da achso ach shit jetzt ist er weg oder muss ich glaube nochmal anlegen weil ich den nicht akzeptiert habe so und dann so und dann all nicht stone all nicht stone stone stockpile ja reicht so kann man so lassen ich hoffe der bringen sie jetzt da die steine hin ist nur dann zu überlegen welche steine sie am ende noch dahin bringen dann müssen wir den weg ja dann doch nochmal machen oder hier wird wieder angepflanzt was macht denn das bunny hier ach das ist das tier von dem ok deswegen läuft der immer mit naja dann pflegt er den ja hoffentlich auch jetzt ist nur die frage wer bringt hier was weg ah barracks nee das war falsch zone oh archery range nee barracks da sind sie da sind jetzt unsere barracks was haben wir hier noch für Möglichkeiten left click to choose corners of a rear strangle hold left button to draw ne wollen nur akzeptieren oder barracks choose which spot diese toggle whether the squad will sleep here ne das sollen sie erstmal nicht toggle whether the squad will train here ja da haben wir keine Dinge ins lager das müssen wir alles noch bauen das soll erstmal reichen und die sind schon da ok das heißt aber wir haben ja genug leute dann können die da auch wirklich eine squad bilden und auch bleiben dann müssen wir nur hier gucken das war da hier so ein waffen ständer und sowas mal bauen ne add new task armor stand wie hat er denn schon gebaut wie hat er denn schon gebaut kann ruhig zwei sein gibt es jetzt hier gibt es jetzt hier irgendwo eine fehlermeldung dass es nicht ging gabinet 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 war das ein kabinet jetzt wird es rarer waffen ständer war das ein kabinet war das ein kabinet so jetzt haben wir es left click for center chief medical dwarf become a planter 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 left click for instance and right click for dismiss fight will has grown become a blue peen ok da ist jetzt ein der 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 v ist gewachsen wanni sind gewachsen lampuppies alles klar winter ist ab und spring has arrived ok das haben wir auch geschafft ok da können keine fische mehr fangen das ist auch nicht so schlimm hier haben wir pyrolosid erwischt hier ist unser toter hund und da ist er seit einer woche nicht gefunden das passt also hier sieht es erstmal noch gut aus die sind hier schön drin aber wir müssen da noch furniture military weapon rack heißt das armor stand needs armor stand make it work shop first no access to armor stand ok das heißt das hat nicht geklappt make wooden armor stand make wooden armor stand warum wird das sofort abgebrochen wo ist da der fehler add weapon rack da auch sofort abgebrochen ich weiß nicht warum das ist nicht gut ich sehe auch nicht wo hier die fehlermeldung ist oder oder liegt es daran dass das ding voll ist das liegt alles hier drin oder gut das heißt hier ist ja nicht so drinnen viel los da kommen stockpilen warte mal nein das ist falsch nein das ist falsch place stockpile for item storage ja so das accept und furniture und mach mal furniture da rein das ist schon mal eine gute idee ok so dann rabern wir hier mal gerade das weg und das weg und bauen hier gerade einen neuen Weg rein und machen das so und da sind ja auch schon welche Sachen reingekommen das ist schon mal gut er soll hier weiter aushöhlen dann können wir da weitere Waren lagern ich glaube hier sind auch schon steine reingekommen das ist auch gut was liegt denn hier drin farmplot copper battle axe ne das ist eine Hose water buffalo leather trousers steht da aber warum die da sind weiß ich nicht ok hier sehen wir jetzt auf jeden fall was wir schon haben paar betten noch das ist gut ok betten bedeutet auch für mich dass wir hier nochmal in die zone gehen ach das ist kein ne das ist kein stockpile das ist eine zone und ne accept das war falsch was ich gerade gemacht habe das wollte ich und also die sollen auch da drin schlafen so und dann müssen wir da noch furniture auswählen und betten rein machen jetzt habe ich wieder das dingens nicht gemacht ne dieses wiederholen ich hält furniture betten repeat so die seite machen wir auch noch und die seite auch noch so betten sind gerettet gut erledigt und dann können wir noch ein paar kisten machen äh add da warte mal jetzt müssen wir das mit dem weapon rack noch machen geht es jetzt weg nein es geht jetzt nicht weg jetzt ist richtig dann machen wir ruhig auch zwei davon jetzt ist aber weg hat er es noch nicht gemacht warte mal armor stand ist auch wieder sofort weg warum weil da immer noch zu viel drin ist oder was wahrscheinlich und hier ist aber noch nicht voll hier könnte auch noch mehr ausgehöhlt werden hat er auch noch nicht gemacht hier ist schon mal ein wheelbarrow mit drin ist vielleicht auch nicht schlecht können wir das lager anpacken ne warte mal das müssen wir anders machen das ist schon richtig und da können wir auf jeden fall fünf stück rein stellen da brauchen wir ein paar mehr meines erachtens na das ist jetzt auch gleich schon hier voll mit den wheelbarrow und so vielleicht nicht so die tolle idee und guck mal die betten sind auch schon alle da ja wir müssen ein neues lager aufmachen aber das video ist schon weit fortgeschritten wir machen ersten cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo macht 1 falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wie ich das nächste video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao ein